ARD Text im Auftrag von Funk Oje, wie macht man das Ganze nochmal? Achso, schaut mal nach hinten. Ich, ihr Pfad. Herzlich Willkommen zurück bei Wokit League. Es spielen da auch Rampage, der Ferb und der bunte Abt. Gemeinsam auf dem Feld des Sieges. Der Power-Dreier. Der Power-Dreier. Alle drei zusammen. Was? Ich dachte schon gerade eben, er hat ein Tor geschossen, so wie der brüllt. Der freut sich einfach. Motivation ist alles, Motivation ist alles. Achso, der Klatsch, der freut sich einfach. Fabian, der war wirklich gut. Oh, nein! Bei dir klatsche ich aber nicht auf Rampage. Ja, ne, natürlich nicht. Aber der fliegt so blöd. Egal. Immerhin habe ich ihn selber reingemacht. Es wäre auch falsch, jetzt richtig anzufangen. Fahrt ihr? Ja, ja. Ich bleibe hinten. Schön. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Kommt mir auf jeden Fall schon ewig vor. Oh, Alter! Alter! Guckt euch bitte dieses Tor an. Wie soll ich den halten? Ich habe ihn da nochmal aufbringen lassen. Guck, guck. Genau unter die Latte. Den musst du nehmen, wenn er runterkommt. Ja, zwei falsche Entscheidungen, den durchzulassen. Ja, geht hier gut los beim Power-Dreier. Wir müssen uns erst warm spielen. Ja, es ist wohl wahr. Jetzt, macht's rein! Ah, da war zuerst dran. Jetzt in der Mitte. Ich bleibe mal in der Mitte. Oh, Rampage. Wenn du das da irgendwie gibst. Oh nein! Oh nein! Oh, der geht daneben. Ah! Oh! Sehr gut, Bunte. Oh, der kommt, der kommt auch nochmal. Oh, lang, was für ein Schuss! Der kommt. Sehr gut. Der geht aufs Tor, der geht aufs Tor, jawoll! Ja, ja! Oh! Schieb ihn! Nein! Warte, fährst du grad zurück? Ja, ja. Okay. Sehr gut. Krieg ich vielleicht? Nein! Ich hätte ihn, glaub ich, richtig erwischt. Ich hab gesagt, ich krieg ihn vielleicht. Ja, aber ich war schon im Springen. Ah, shit. Gut. Oh! Der kommt in die Mitte. Gut, hier haben sie jetzt selbst weggespielt. Oh, shit. Wenn sie dann an der Seite drin ist, das sind alle auf der Seite. Come on! Come on! Ah, verdammt's. Der DeLorean braucht ein bisschen mehr Dampf. Oh, jetzt hat er Ball gelegt. Shit. Geht der? Ja! Jawoll. Vorlage. Anschluss-Server. Ja? Nicht schlecht. Da bin ich durchgeschossen. Zauber. Passt das. Wir haben noch drei Minuten, das reicht. Ich schaff' mal locker. Oh. Leck. Uh. Ah, Mann. Wie hebt er denn den drüber? Zauber. 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 Oh, der kommt sogar! Der kommt! Schieb den rein! Komm! Jawoll! Zauber! Hey, ich krieg keine Vorlage! Zauber! Aber einen Torschuss hab' ich bekommen. Irgendwie sowas. Oh, da war keine Saut rein bis... Ah doch, eh, gut. Sehr schön. Sehr gut. Ihr fahrt. Ganz klar. Fabian, du fährst vor. Ich fahr hinterher. Oh, ich fahr sowas mit vor. Hoch. Sind gar nicht gefahren. Da ist gar keiner drauf gefahren. Irgendwie. Oh, oh. Und trotzdem war das senkrecht nach oben. Oh, shit. Hat er gleich gekontert. Nein! Oh, shit. Hab dich durchgelassen. Oh, nein! Gerade noch gerettet. Ich hab gedacht, er schießt und dein Pferd am Ball ist vorbei. Oh, shit. Oh, gut. Der könnte sogar... Nee. Nein, nein, nein. Ich bleib in der Mitte. Bunte. Oh, ja! Pass! Ah! Shit. So hoch. An die Decke gerummst. Was hat als Torschuss gezählt? Come on. Bunte! Bunte! Ja, ich war dran. Sehr gut. Gut. Ihr seid vorne, Martin. Fahr vor. Ah, okay. In der Mitte. Ah! Ich versuch's. Ich versuch's. Da kommt einer. Ah! Ah, das gibt's doch nicht. Weil ich nicht weiß, dass der vorbei fliegt. Oh, ist grad keiner hinten. Okay. Zurück. Sehr gut. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! 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 Oh! Ricky, jeez! Shit. Du waren alle drei in die Ecke gefahren. Ja. Und da war ich zu schnell. Oh nein! Ach, egal. Mist. Ich wollte den Fabi noch hinterher schießen, aber... Ja. Ich bleib hinten. Oh, da hat's jemanden gekostet. Hey! Hm. Da kommt der Ball. Ah, eine Minute noch, Jungs. Oh, oh, Alter! Oh! Ja, okay. Mach dich weg. Oh, der kommt. Oh, und wir wurde Fabian gefahren. Oh, jetzt halten sie es aber. Komm, wir haben noch 50 Sekunden. Das ist noch mehr als genug Zeit. Ja, aber für die letzten beiden Tore haben wir eine Minute gebraucht. Ja, aber wir kriegen sie grad nicht weg. Nee, wir kriegen sie nicht mehr vor das andere Tor. 30 Sekunden. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Die preschen das halt mega drauf. Kein Torwart mehr bei denen. Ja, genau. Wir müssten sie eigentlich nur einmal nach vorne bekommen. 18 Sekunden. Krieg ich! Oh! Ah! Hat er super geblockt, der andere? Ja. Ja! Doch, der kommt noch! Nein! Leider nicht. Nein! Nein! Es ist noch heiß! Jetzt hebt er ihn grad noch hoch. Nein! Dropkick! Geht es nicht. Geht es nicht. Schade! Erstes Match in der Lage. Aber wir haben ja... Haben wieder aufgeholt. Ich krieg's nur noch eine Flagge. Ja, äh. Nächstes Spiel hoffentlich besser, ne? Ja, das wird schon laufen, wird schon laufen. Wir müssen uns ja einspielen. Wie der Bunde abgesagt hat. Irgendwie kommen immer die gleichen Sprüche. Ja, ich weiß. Wir haben halt nicht so einen tollen Sprüche-Schreiber. Der kann halt nur 3-4 Sprüche. Nee, ich bin echt nicht... Wir können ja nicht so viel bezahlen. Ja. Viel zu teuer. So was. So ein Sprüche-Klopfer. Aber eigentlich müssten wir ja gewinnen. Ich meine, wir sind die 3 besten Pixel-Helden in Rocket League. Ich meine, der Mushroom und der Ray. Wir wissen alle. Die können ja gar nichts. Die geben das nicht gerne zu, aber es ist halt so. Vor allem der Ray. Gegen den Mushroom spiele ich ziemlich ungern, muss ich sagen. Der hat so viel Glück, ne? Ja. Oh. Fabi, bleib mal kurz hinten. Oh. Das hast du ja früh gesagt. Der einen ist kaputt, aber das ist noch sehr gut. Oh ja, fahren alle vorbei. Ich bleib. Toys leers? Ihr könnt fahren. Ja, ich war zu schnell grad noch, aber ich hab den Ballmann vorgebracht. Oh, er war sogar noch dran. Oh, ich komm. Gut, der ist einfach nur noch umgeflogen. Und ich hab keinen Boost. Ja. Scheiße. Jetzt einfach mal vor. Jawoll. Und aufs Tor. Den zu zweit hinten drin. Ja, schon, aber echt. Extrem. Oh nein. Oh nein. Oh. Bei den. Bei den. Bei den. Oh, sehr sauber, ey. Glanzparade. Es gibt doch noch die Glanzparade. Ganz knapp auf der Link gerettet, ne? Ja. Ja, einmal grad vorbeigerascht. Und dann hatte der Zweite noch die Möglichkeit zu schießen. Und dann hab ich sie grad noch kurz zurückgelegt. Sonst hätte das er voll reingemacht. Oh, der geht. Ja. Ja. Ja, um nochmal zum Mushroom und zum Raid zurückzukommen. Ja. Da sie nichts können. Das muss ja mal gesagt sein. Ja, das war die Strafe dafür. Ja. 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 Ja, gut. Kann man nichts machen. Zajek. Navierfahrt. Ja, sauber. Zwei vorbeigerasselt. Zauber. Bunte. Ja, aber er kommt immer so hoch. Oh, jetzt. Fabian. Und aufs Tor. Was machst du? Ja, ich hab in den falschen Knopf gedrückt. Der Controller ist so klein für meine dicken Finger. Willi in die Mitte. Ja, verdammt. Er... Zauber. Oh, der geht. Oh, der geht. Ein Tor. Ja, ein Tor. Sehr gut. Wieso hab ich da jetzt ein Tor gekriegt? Du warst der letzte von unserem Team, das berührt hat. Hier hast du in den Dreck gestoßen. Und jetzt... Das ist bitter, Freunde. Das ist bitter, Freunde. Tja. Oh, scheiße. Ich muss ja hinten bleiben. Ich drehe mal um. Oh, shit. Und mich noch mitnehmen. Hm. So. Ach, shit. Genau auf ihn drauf. Oh. Oh. Ah, da schiebt mich alles weg. Ah, der Bunde hat mich weggeschoben. Oh, ja. Es leckt grad bei mir ein bisschen. Passiert. Hat auch der Maddie noch weggeschoben. Hahaha. Jetzt! Und Schuss! Oh. Ich hatte leider keinen Fuß mehr. Das wäre fast die Führung gewesen. Ah. Kommt, Jungs. Und jetzt Turbo. Gar nicht. Er schiebt mich weg. Ach. Ach. Das ist ja drüber nimmer. Vor mir am Ball dran. Oh. Wo tun wir denn? Ah. Dachte ich kaum noch dran. Oh, Mann. Ich bin nicht still hier hinten. Komm da wieder einer. Ja, sag mal. Ah. Aber der kommt aus dem Tor. Versuch's. Oh. Ganz. Oh. Ganz daneben. Oh, Ball verfehlt. Ball verfehlt. Klebt er das Ding gerade noch an. Gut, Maddie. Der geht aufs Tor. Kommt, Jungs. Ah. Wir brauchen ein Tor. Ah. Und ich fahr wieder. Ganz vorbei. Ist das gleich alle drei Geiern? Ja. Oh, die ist ekelig. Sehr gut. Sag mal den. Oh, ja. Scheiße. Das fand ich sehr geil. Der war gut, Fabian. Ja, ich hab versucht. Leider ne Vorlage finden Gegner. Ich hätt's eventuell gekriegt. Egal. Wir haben noch Zeit. 24 Sekunden. Ihr macht es jetzt. Ein Pardator, Fabian. Ja, wir brauchen ein Pardator. Wir haben schon unmöglichere Dinge. Verdammt. Jetzt ist fertig. Unmöglichere Dinge hinbekommen. Das war wohl ein Pardator. Wir haben noch 16 Sekunden für zwei Tore. Es ist möglich. Wir haben schon... Wunderschön drunter durchgesaust. Zwei Tore in weniger als 16 Sekunden geschafft. Über die Fahrt. Ja, super, geil. Ach, verdammt, ey. Ich hätt's jetzt grad noch reingefahren. Ahhhh. Gut, Fabian, wie hast du uns nochmal genannt? Ich sag nix. Das Power-Trio. Das Power-Trio. Genau, das Power-Trio. Das Trauer-Trio. Das Trauer-Trio. Das Trauer-Trio. Das Trauer-Trio. Verabschiedet sich mit zwei Niederlagen aus dieser Folge. Und wir sehen uns dann. Hoffentlich besser beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.